Ich habe mich einbürgern lassen, weil ich hier zu Hause bin, weil meine Familie da ist und meine Kinder und nach 30 Jahren Zeit geworden ist. Es war unbeschreiblich, dass die Innenminister mir das persönlich überreicht habe. Das ist nicht jeden Tag, dass es passiert und es war schon eine große Ehre. Wir haben in Bayern im vergangenen Jahr über 18.000 Mitbürgerinnen und Mitbürger eingebürgert, die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen. Das ist eine großartige Entwicklung, ein deutlicher Zuwachs und zeigt, Integration läuft gut in Bayern. Ich freue mich riesig, dass ich deutscher Staatsbürger geworden bin, dass ich wählen darf, dass ich überall reisen darf, wo ich möchte. Mein Mann ist Deutscher, mein Kind ist Deutscher und ich möchte auch genauso zu der Gesellschaft gehören. Ich wünsche allen unseren neuen deutschen Staatsbürgern viel Erfolg, weiterhin einen guten beruflichen Weg in unserem Land und ich wünsche mir auch, dass sie sich auch insgesamt in unsere Gesellschaft gut einbringen, vielleicht auch ehrenamtliche Aufgaben übernehmen und so zu richtigen deutschen Staatsbürgern werden. Ich muss mich damit bestimmen. Ich zahle Steuern und das ist halt die 2%, die mir gefehlt hat von Integration. Jetzt bin ich 100% deutsch.